Ihr Amtsjahr neigt sich dem Ende zu. Im Mai 2018 gewann Marie Wegener, 17, die Musik-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar. Und erlebte, wovon viele Musiker wohl ihr Leben lang nur träumen können. Am kommenden Samstag muss die Duisburgerin den DSDS drohen. Allerdings schon wieder räumen und ihn für den Gewinner der aktuellen Staffel freigeben. Welchen Superstar-Anwärter Marie wohl selbst zum Thronfolger küren würde? Im Gespräch mit Bild ließ die 17-Jährige ihr intensives Superstar-Jahr-Revue passieren und verriet, welchen Kandidaten sie sich als Nachfolger wünschen würde. Ich drücke David die Daumen, offenbarte die Sängerin ihre Präferenz und argumentierte, er hat eine mega tolle Stimme. Außerdem sei er ihrer Meinung nach der authentischste Kandidat und sie möge, seine Ruhepod-Sprache, ob Maries Wunsch am kommenden Samstag wohl Gehör finden wird. Diese Entscheidung liegt am Ende einzig und allein in der Hand der Zuschauer. Neben Maries Favorit. David Herrbrüggen werden Alicia Averbeissat, Nick Ferretti und Joanna Kessenschi um die meisten Anrufe und damit um den heiß umkämpften Superstar-Titel-Buhlen. Getty Images Marie Wegener im Mai 2018 bei Let's Dance Anzeige Getty Images Marie Wegener im April 2018 bei Deutschland sucht den Superstar-Titel-Superstar-Anzeige Now Gregorovius, Nick Ferretti, Alicia Averbeissat, David Herrbrüggen und Joanna Kessenschi im April 2019 Anzeige 1859, David Herrbrüggen 406, Alicia Averbeissat 872, Nick Ferretti 1052, Joanna Kessenschi Tipps für Promiflash Einfach E-Mail an, tippsitpromiflash, der Let's Blog at Einfach E-Mail an, tippsitpromiflash, der Let's Dance Anzeige Getty Images Marie Wegener